Hallo Nation, Sebastian Kehl hat dies nach der gestrigen Niederlage bestätigt. Aber zunächst einmal, wenn Sie ein treuer Fan von Borussia Dortmund sind und mehr Informationen wie diese möchten, empfehle ich, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, da ich alle Neuigkeiten verfolge und sie hier aus erster Hand auf dem laufenden Hals sind. Zurück zum Thema. Sebastian Kehl fand nach der 1 zu 5 Niederlage gegen Stuttgart sehr klare Worte. Was wir heute geliefert haben, das meiste, was uns heute auf dem Platz passiert ist, kann nicht erklärt werden, erklärte der Sportdirektor. Das kann uns nicht passieren, fügte Kehl in der Mixed Zone hinzu und sagte, wir haben eine ganz schlechte erste Halbzeit gespielt, der Trainer sprach von Zahlungsausfall. Wir haben keine Zweikämpfe bestritten und jedes direkte Duell verloren und waren immer einen Schritt zurück. Wenn ich mir die Gegentore anschaue, die wir kassiert haben, sollte das nicht passieren, nicht auf dem Niveau, auf dem wir spielen. Wir sind nicht nur sehr enttäuscht, wir sind wütend. Jeder sollte einen Blick auf seine eigene Nase werfen. Ich habe kaum jemanden gesehen, der das Spiel gewinnen wollte. Wir sind erst in der vierten Runde und es war klar, dass der Prozess einige Zeit dauern würde, aber eine solche Leistung hat nichts mit unseren Zielen zu tun. Damit Sie keine Informationen wie diese mehr Flecken hinterlassen, hinterlassen Sie ein Like auf dem Video, damit YouTube weiterhin Videos für Sie teilen kann. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit Sie keine Neuigkeiten von unserem Team bemerken. Und das ist eine Umrüstung und ein Abschied.